Moin Leute, was geht? Heute wieder zu einem erneuten Video. Ich habe gestern einen Sieg erspielt, noch als ich die Aufgabe gemacht hatte. Die fünfte von fünfte Runde. Ich sage es auch nochmal im Video. Und ich habe dort keine Aboneration, deswegen werde ich das hier ganz kurz machen. Schaut euch mal die Runde an. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet. Feedback bin ich immer bereit. Schaut einfach mal rein. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß damit. Ciao. Schaut einfach mal rein. Warum lag das jetzt schon wieder? Warum lag das? Ui, so lag das jetzt. So Leute, wir werden jetzt kurz zu Retail reingehen und lag einfach so hart. Das wird halt schon gekämpft. Ich gucke mir jetzt hier erstmal ein bisschen Holz. Ich dachte schon, ich kriege ins Damage. Dann wäre ich gerade eben richtig den scheiß Server erwischt. Oder irgendwas stimmt gerade eben über den Internet. Da eben lag das wieder Lack. Das kann ich in der Zeit-Quest gar nicht gebrauchen, Leute. Gar nicht. Kleine Pumpe. Korrekt. So, jetzt haben wir schon mal 200. Okay, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und auf geht's zu Retail. Dann kommt's. Okay. Okay. Kraser Shit, kraser Shit. Haben wir sogar schon. So Leute. So Leute, ich würde sagen, wir probieren es einfach auf die schnelle Welle. Zweite Woche, wo müssen wir landen? Hier. Wir sind auf jeden Fall noch Gegner. Ich hoffe ich schaffe das auf schnelle Welle. So Leute. Wer wird das hier packen? 5 von 5? 5 von 5? Easy. Leute, wir haben jetzt alle 5 Aufgaben geschafft. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal diesen Gegner hier besiegen. Und zweitens werde ich gleich nochmal eine Liste einführen, welche ich für schwierig finde und welche nicht. Also da gibt es tatsächlich gravierende Unterschiede. Und wo versteckt sich denn jetzt hier? Mr. Nobody. Also Leute, bleibt auf jeden Fall noch dran. Ich werde den kurz weghauen und die Runde noch zu Ende spielen. Ja, ob ich das jetzt zeigen werde, weiß ich nicht. Kommt drauf an, ob es ein Sieg wird oder nicht. Ich bezweifle es. Ich bin jetzt noch nicht so gut in Fortnite. Aber ich glaube für den Typen, der was dort auf jeden Fall geschossen hat, wird es doch reichen. Also bis gleich Leute. Also bis gleich. So Leute. Ich habe ihn noch gesiegt. Und er bringt mir hier die blaue Taktische. Das ist doch... Das ist doch mal nett von ihm. Ja, ein bisschen was kann ich auch gebrauchen. Machen wir. Machen wir Freunde. Ja, komm. Ja, komm. Und Bounce Beds. Was für ein Lieber. Was für ein Lieber. Ich weiß jetzt nicht. Irgendwie davor schon. Oder bis jetzt erst durch ihn. Aber ich weiß es nicht. Aber ich möchte jetzt nicht sagen. Es sieht aber so aus, als ob es hier King of the Rose ist. Und ja. Lass uns einfach mal rotieren würde ich sagen. Ja, also Dusty. Dusty wird bestimmt noch was los sein. Oder mal Nassaulty. Was ist denn das hier? Oh lol. War ein verpackter Spiegel. Da richtig komisch auch. Ich küsse ihn ja auch. Da schmeckt meine Freunde. Da schmeckt. Da schmeckt. Da kommt noch einer zu. Kann man ja mal wischen. Jetzt hätte er hier noch irgendwo eine Falle so hin platziert. Und er hofft so, dass ich reingehe. Richtig so. Haha. Ich hab's doch gesagt. Was ist das? Ja. Gehen wir mal so Richtung Salty. Salty wird bestimmt was los sein. Oder das hier. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Weil es ist immer schwierig. wo in die Leute von Tilteter die rotieren. Vielleicht noch mal ein bisschen looten. Die MP gefällt mir noch nicht so ganz. Und ich mein, wenn wir schon das Glück haben. Ein oder zwei Kissen hier drin zu haben. Ich glaub es sind sogar zwei. Ich glaub eine unten und eine unten. Ich hab zu viel MP Schuss. Da kann ich mir das noch nicht erlauben. Was haben wir hier? Können wir mal umnehmen. Da drüben wird bestimmt auch noch eine Gäste sein. Ich hau aber mal einen richtig hier raus. Alle. Wenn mal hier einer rein möchte. Dann geht's bad. Ich hab immer gerne gesehen. Vielleicht noch einer. So ein paar Kills werden halt noch. Ich weiß nicht. So ein, zwei Kills. Wär schon. Wär schon cool. Wär gut. Wollte noch nicht runterspringen. Wär gut. Steinchen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das Beste kann es ihm gerade nicht geben. Ja Materialien schauen auch sehr gut aus. Vorne noch eine Kiste. Die gönnen wir uns. Die Gegner könnten auch bald mal kommen. Dann werden wir einen e-passchen Fight gegen die haben. Episch. Wollte ich sagen nicht. Episch. Merkt es euch. Ist der so fies, wenn jetzt hier einfach eine Falle gewesen wäre. Falle tot. Oder Sniperschuss tot. Ich weiß auch nicht. Geil. Geil, geil, geil. Hat sich gelohnt. Und es lag halt wieder. Ich weiß nicht, was gerade eben los ist. Also wenn ich die Runde hochlade. Internet eigentlich stabil. Eigentlich stabil, Freunde. Aber irgendwie hapert es gerade eben an der Technik. Ich kann ja schon mal nach Paradise. Geist. Ja. Ich brauche gerade eben leider keinen. Ey, das ist so heftig. Ich fühle mich wie der letzte Bot, Alter. Natürlich bin ich der letzte Bot, aber ihr wisst was ich meine. Ihr wisst was ich meine. Ihr wisst schon was ich meine. Sehr schlimm bin ich. Aber gerade eben haben die Leute sich echt gut gehalten. Noch 33 von äh. 33, 23. Und ich sag's und vier Leute sterben. Oh moin. Kennt ihr das? Ihr seid so wirklich die halbe Landschaft unterwegs. Und ihr findet einfach keine Sachen. Wirklich keine einzigen. Und ich weiß nicht, ob wenn ihr dann einen findet. Also erstens, dass ich gerade eben 13% Paketverlust hatte. 15% Paketverlust hatte. 15% Paketverlust hatte, 15% Paketverlust sind eingestellt. 15% Ekelhaft. Aber immer ein bisschen zocken, gute Qualität. Wusst ihr was ich meine. Aber da sowas. Und dann einfach so. Damit hat das auf jeden Fall eine Tür oder noch ein Ghistoire noch mal. Seilstaess wo ihr da habt. ich will unbedingt noch ein paar kills aber am ende ist es immer so crazy ab den letzten zehn da bewegt sich kein mensch mehr du findest einfach weiß nicht dann findest du auf einmal alle und dann sind gefühlt alle gegen dich gefühlt ist das ja immer so tja anfangszeiten hier hätten bei retail also ich war ja davor king of retail sind dort noch welche ich weiß es nicht ich würde es jetzt bezweifeln heute denken sie ich wäre hier so easy xp ich mache jetzt so kurz wenn ihr mal überscopen muss man doch eigentlich jemanden sehen ich mein hören natürlich auch gerade eben keinen keiner schießt zwölf leute noch ja fantastisch könnten jetzt noch mal gekommen sein nehmen einfach mal ein rift gucken wir uns an was die was die leute uns so zu bieten haben ich glaube es hat das ist ein gegner er hat halt alles hier aber ja so ist es halt manchmal manchmal findest du halt eben nur so gegner hat jemand von euch eine gescheitte mp anscheinend ernsthaft keiner keiner also es tut mir leid für den dass er sich jetzt halten wollte aber es waren keine gegner da ich hab's probiert und ich lage halt wieder es ist so traurig es ist so traurig vor allem sollte ich diese runde gewinnen dann wäre es traurig wisst ihr wie oft ich schon im 1 gegen 1 war so mit dem letzten und dann ist irgend irgendwas dummes einfach passiert also was unerklärliches ihr wisst schon so ihr müsst gewinnen zum beispiel letztens auch mega geile runde gespielt michael im 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 werden wir mal probieren gehen aber mal kurz ein bisschen zurück haben die doch gar nicht gemerkt er weiß schon gar nicht dass ich gar nicht mehr da bin traurige welt aber da waren schon mal zwei gegner und das leben hat echt nur noch sieben das wird auch nicht vom bodi geschossen haben manchmal ist doch aber von wo noch mal das ist das ist das ist das ist oh geil haben die denn hinten ist einer da 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 so 4 von 4 so 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 digga nicht verarschen alter ich mach grad eben so viele fehler das gibt es gar nicht so 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 ich hab's geschafft sechs kills lade ich hoch war die fünfte von fünfter aufgabe und leute hat sich gelohnt ich war richtig am struggle muss ich ganz ehrlich zugeben gegner dauernd high ground aber wir konnten ihn austricksen und ich denke ich habe verdient gewonnen verdient würde ich dazu sagen also leute würde mich freuen also kostenloses aber da lassen vielleicht mal kommentieren wie gesagt war eine geile runde hat mir gut gefallen ich bedanke mich auf jeden fall falls ihr zugeschaut habt danke hat er rein ciao